Guten Morgen, ich begrüße alle ganz herzlich. Guten Morgen, Börse, gemeinsam mit XTB. Heute ist Mittwoch, der 27. September 2023 und auch heute wollen wir uns einen Blick natürlich auf die Märkte gönnen. Wir könnten jetzt wieder im Grunde genommen eigentlich ein Abziehbild, genau das gleiche präsentieren wie im gestrigen Tag im Hinblick auf den DAX, im Hinblick auf den S&P, im Hinblick auf den Nasdaq und ausgehend eben von der Price Action, die wir gestern zu sehen bekommen haben. Wir hatten gestern gesagt, naja, sollten wir das wirklich als das große Reversal sehen, in Anführungsstrichen. Es war relativ zügig dann eigentlich klar, dass gestern noch nicht die Tiefs drin waren, beziehungsweise noch nicht am Montag, so muss man es eher formulieren, die Tiefs markiert worden sind. Wir haben gestern dann nochmal weitere Abschläge zu sehen bekommen, sind jetzt auch unter die August-Tiefs im Nasdaq, beziehungsweise in den Qs gerutscht. Und, tja, jetzt nunmehr, allerdings muss ich sagen, die CAVs, die schon Sysikofilien, die werden ein bisschen unattraktiv, aber statt auf die Indizes und statt auf die Einzeltitel, wo vielleicht auch eine Tesla interessant sein könnte, sollte man zu einem Bounce-Gedanken kommen, dann sich relativ starke Titel anzuschauen, vielleicht eine Tesla, solange wir oberhalb von 2,42, 2,40 handeln, eventuell ein Kandidat, wollen wir stattdessen uns einen Blick gönnen auf Gold. Gold hat auch das gemacht, was ich skizziert hatte tatsächlich, mit dem Fall zurück in die 1.930 folgende auf die FED-Leitzinsentscheidung, vergangene Woche am Mittwoch. Und da wollen wir einen Blick darauf werfen und natürlich uns die Frage stellen, was könnte dort jetzt in den kommenden Tagen noch anstehen, haben wir Potenzial für einen Bounce, wollen wir den Bounce da wirklich halten oder handeln? In wenigen Sekunden gibt es auf jeden Fall mehr, zunächst der Risikohinweis. Devis und CFD sind komplexe Handelsinstrumente, die werden auf Margin getradet und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren, sind ausgehend hierfür nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor man mit dem Handel beginnt, erstelle man bitte sein persönliches Risikokofil und oder lasse ein solches erstellen von einem unabhängigen Finanzberater, lade sich dann auf xdb.com.de kostenlos eine Demo herunter, teste den Handel risikofrei, schaue, ob der Handel mit diesem Produkt sich für ein eignet. Und sofern man das dann für sich mit Ja beantwortet, hat man auch die Möglichkeit ein Livekonto zu eröffnen, diesbezüglich alle Informationen vollständig Risikohinweis auf xdb.com.de. Die Kontaktdaten folgen gleich. Ganz kurz in eigener Sache, der Hinweis, bitte nichts in den folgenden Minuten hier als Anlageempfehlung missverstehen. Es handelt sich um ein rein edukatives, um ein rein informatives Event. Ihr könnt gerne eure Fragen stellen im Anschluss an das Event, unterhalb des Videos, innerhalb der Kommentarfunktion, aber bitte, wie gesagt, nichts als Anlageempfehlung missverstehen. Hier haben wir die Kontaktdetails, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Je nachdem, wie es beliebt, Kontakt aufzunehmen mit xdb zum Broker, ganz kurz ein paar Informationen, bester CFD Brokersjahrs 2023, die Gründe dazu geführt haben, findet man hier in der Mitte aufgeführt. Ein Grund mit Sicherheit, die xStation. Und genau auf diese xStation wollen wir jetzt hier in den folgenden Minuten einen Blick werfen. Ich habe den Goldchart schon einmal aufgemacht und auf Gold wollen wir, wie gesagt, hier einen Blick werfen. Wir haben so mal so mal um einen ganz, ganz dünnen Wirtschaftsdatenkalender. Ich werde es ganz kurz einmal hier zeigen, also nichts, was jetzt sowohl heute als auch diese Woche dann grundsätzlich noch interessant ist. Da haben wir noch eine Rede von einem FOMC-Member an dieser Stelle. Wir haben hier an dieser Stelle vielleicht noch eine dritte Schätzung, eine finale Schätzung, dann für das jetzt auslaufende dritte Quartal im Hinblick auf die US-Wirtschaft. Aber es wird kaum Bewegung nach sich ziehen am morgigen Tag. Und dann am Freitag haben wir noch ein paar Verbrauchervertrauen, Uni Michigan, ein bisschen was Finalisiertes. Aber summa summarum nichts sonderlich Spektakuläres. Auch der PCE, Core Deflator beispielsweise, der ja das bevorzugte Inflationsmessinstrument seitens der US-Notenbank ist, sollte nicht groß eigentlich Action nach sich ziehen oder dergleichen. Das heißt also, es wird ein primär technisches Treiben, beziehungsweise ein, ich nenne es mal, vielleicht FX-Rebalancing treiben. So kann man es vielleicht auch formulieren, ganz kurz, was ich damit meine und vor allem, warum es auch relevant ist. Also FX, da würde man jetzt nicht die Frage stellen, was hat das mit Gold zu tun? Nun, wir wissen um die negative Korrelation zwischen Gold und dem US-Dollar. Oder anders formuliert, steigt der eine, sollte der andere fallen und umgekehrt. Der US-Dollar sieht aktuell Aufschläge. Wir können mal ganz kurz hier einen Blick werfen auf den Euro-US-Dollar. Also der Euro-US-Dollar ist auf dem Weg in Richtung oder hat heute früh frische, neue, viel Monatstieps markiert. Das niedrigste Niveau, auf dem wir jetzt hier gehandelt worden sind, seit März tatsächlich im Bereich ungefähr 0,55, Pi mal Daumen. Saubere Abwärtstrend. Aber das ist nicht nur dem Umstand geschuldet, dass der wirtschaftliche Niedergang in Deutschland voranschreitet und der wirtschaftliche Niedergang, also durch die Ampelpolitik und die Wirtschaftspolitik, oder sofern man das überhaupt als Wirtschaftspolitik bezeichnen darf, eben im Hinblick auf Deutschland relevant ist. Sondern wir müssen uns immer vor Augen führen, dass der Euro, oder beziehungsweise das wirtschaftliche Rückgrat des Euros, dass das Deutschland ist. Und das, was wir gerade zu sehen bekommen, ist ein Brechen dieses Rückgrats. Und somit auch eine Gefahr, möchte man schon sagen, für die Stabilität des Euros und des Friedensprojekts Euros im Allgemeinen. Also das heißt, man hat hier auch seitens der Bundesregierung, meiner Einschätzung nach, eine Verpflichtung. Also nicht, dass ich das jetzt hier zum Thema machen möchte, aber eine Verpflichtung im Hinblick auf die wirtschaftliche Stabilität in Deutschland. Nicht, dass wir nicht auch vor Rezession gefeit wären, aber eine zu provozieren mit einer vollkommen realitätsfernen Energiepolitik, Wirtschaftspolitik im Allgemeinen, das ist eben für den gesamten Euroraum eine große Gefahr. Ja, denn der Euroraum, wie gesagt, und dessen wirtschaftliche Gesundheit fußt auf Deutschland. Und das ist eben etwas, was sicherlich seinen Beitrag dazu geleistet hat, was wir jetzt hier in Abwertung zu sehen bekommen haben. Jetzt würde man allerdings gegen argumentieren und sagen, naja, also das ist jetzt eine Entwicklung, die sehen wir seit Anfang Juli, mediale Berichterstattung. Das ist jetzt aber ein bisschen arg stark vereinfacht, absolut. Da will ich auch gar kein Geheimnis draus machen. Denn man könnte natürlich auch sagen, in dem Zusammenhang, wir haben ja auch eine sehr, sehr substanzielle Aufwertung gesehen, seit oder innerhalb der letzten zwölf Monate. Wobei ich da sagen würde, das hat weniger etwas mit der Gesundheit Deutschlands zu tun, sondern eher mit dem Umstand, dass wir im US-Dollar einfach eine verhältnismäßig starke Abwertung erfahren haben, beziehungsweise vielleicht auch eine Art Mean Reversion in gewisser Form, nachdem wir ja mit dem Krieg in der Ukraine und den entsprechenden Sanktionen und dann den auf den Weg gebrachten wirtschaftlichen zerschmetternden Maßnahmen seitens der Bundesregierung, ganz besonders im Hinblick auf Deutschland, dass wir eben hier eine massive Abwertung, einen Fall unter die Parität zu sehen bekommen haben. Und dann sich herauskristallisierte, dass es eventuell doch nicht so schlimm werden könnte, eventuell, beziehungsweise auch der US-Dollar, nach dieser deutlichen Aufwertung. Und das ist hier eine Größenordnung, das sollten wir uns mal vor Augen führen. Wir kommen ungefähr ausgefildert um 1,15, Anfang des Jahres 2022 war es. Ungefähr eine Aufwertung von 15% in der aktivsten und auch der wichtigsten Währung im Euro-US-Dollar. Und wir sehen dann entsprechend eben diesen Bounce. Und ja, nunmehr kommt eben hier eine Kombination einerseits dieses wirtschaftlichen Niedergangs Deutschlands als eben auch eines geldpolitischen Kurses im Hinblick eben seitens der FED-Querstich der EZB, die jetzt konkretisiert worden sind in den letzten zwei Wochen zum Tragen. Zum einen sehen wir die EZB, die sagt, wir werden den Leitzens auf gar keinen Fall weiter anheben, wir werden ihn verweilen lassen auf diesem Niveau, sicherlich länger als erwartet, aber wir denken, dass das ausreicht, um die Inflation, um diese Einhalt zu gebieten. Das ist in Kurzform das, was die EZB vor morgen zwei Wochen kommuniziert hat. Die FED sagt, wir werden den Leitzens ebenfalls länger als erwartet hochhalten, eventuell tendieren sowieso noch dazu, sollte die Inflation erneute Spikes auf der Oberseite sehen. Spikes eindämmen dieser weiteren Inflationsdruck, dass wir dann noch weitere Zinsanhebungen auf den Weg bringen. Das heißt im Kern, dass das Zinsdifferenzial zwischen europäischen und US-amerikanischen oder umgekehrt US-amerikanischen und europäischen Bonds weiter zugunsten des US-Dollars ausgeweitet bleibt, eher sich noch weiter ausweitet, was Kapitalzuflüsse in den US-Dollar begünstigt und zeitgleich eben Kapitalabflüsse aus dem Euro-Raum noch in Ergänzung zu dem wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands, der größten Volkswirtschaft der Eurozone. Und das ist sicherlich sein Beitragsleister zu dieser aktuellen Entwicklung, der Aufwertung, die der US-Dollar erfährt, die negativ auf Gold durchschlägt, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, und das dann ausgehend hiervon in dieser Konstellation eben diesen Abwärtstrend begünstigt, nun aber in den Quartalschluss hinein, es eventuell ein entsprechendes Rebalancing gibt unter Portfolio-Managern, die sich hier mit US-Dollarn ausstatten, in Erwartung eines voranschreitenden Aufwertens des US-Dollars über die nächsten Quartale. Und das ist dann etwas, gemeinhin, wo man etwas vorsichtig sein sollte im Hinblick auf die Nachhaltigkeit dieses Vorstoßens auf diese Niveaus. Das bedeutet etwas konkreter gesprochen, ich wäre nicht überrascht, wenn wir in der nächsten Woche, in den nächsten Wochen eventuell, auf diesen kurzen Push in Richtung der Februar-März-Tiefs, in die Gefilde um 0,55 und das Unterschreiten jetzt der 0,6er-Region, im Euro-US-Dollar einen Bounce zu sehen bekommen, der uns zumindest in Richtung der 1,07er-Region zurückführt. Also das heißt, der US-Dollar kurzzeitig mal ein bisschen durchschnauft. Das heißt nicht, dass der Vorteil für den US-Dollar nicht weiter gegeben ist, und ich auch davon ausgehe, ehrlich gesagt, dass der Euro zum US-Dollar sich in Richtung der Parität bewegt, ganz besonders, wenn wir dann früher oder später unter die 1,05 zurückrutschen, aber dass wir zumindest mal kurzzeitig den US-Dollar unter Druck sehen. Und da kommt Gold zum Tragen, denn genau dieser Ausblick im Hinblick auf Gold oder beziehungsweise auf den US-Dollar und die vielleicht kurzzeitige Schwäche, dieses Gegenbewegungspotenzial im Euro-US-Dollar, das wäre etwas, wo ich sagen würde, da würde ich dann auch Gold bouncen sehen. Gold hat nach seiner kurzen Attacke auf die 0,59 in die Fed letzte Woche hinein und dann aber das Unterschreiten und das Halten zurück unter der 1,930er-Region einen Abwärtstrend etabliert, wo ich schon zum Montag sagte, das Halten unterhalb der Regionen ist eventuell ein interessanter Short-Entry, Ziel 1,900 US-Dollar. Man muss ein bisschen allerdings schauen, ob man ein attraktives Chancelisikoverhältnis bekommt. Unabhängig von dem Trade, wir sind jetzt genau bis in diese Gefilde schon innerhalb von zwei Tagen gelaufen. Ich muss sagen, das überrascht mich ein bisschen vor dem Hintergrund des dünnen wirtschaftsnahen Kalenders, aber Fakt ist, die 1.900er-Region haben wir jetzt getestet und jetzt stellt sich eben die Frage übergeordnet, sehen wir einen Bounce von hier oder brechen wir tiefer? Und rein vom Vorteil her würde ich sagen, würde man eher tendieren zu sagen, es gibt eine ernsthafte Attacke, aber in Ergänzung mit dem Bild, was ich gerade für den Euro zum US-Dollar skizziert habe und dem eher kurzfristigen jedenfalls Bounce, den wir im US-Dollar zu erwähnen bekommen dürften, also beziehungsweise Pull-In, also Rücksetzer im US-Dollar, was zeitgleich einen Bounce im Euro-US-Dollar auf der Oberseite nach sich zieht, wäre zeitgleich eben auch ein Bounce in Richtung 29 eventuell in Gold zu erwarten. Also Gold durchaus in dieser aktuellen Region ein interessantes Play, beziehungsweise ein interessantes Asset, was man auf dem Schirm haben sollte. Pauschal, ich würde jetzt nicht sofort Long in diesen Modus hier gehen, Ich würde dazu erstmal sehen wollen, dass die jetzt etablierte Abwärtsstruktur gebrochen wird, würde vielleicht sagen, grob gesprochen, Region um 1905, Pi mal Daumen, diese Abwärtssequenz, dieses Hoch rausnehmen, Halten oberhalb, das könnte interessant sein für einen Long, riskieren dann gegen die 8,95, die Tiefsüber ausgebildet haben, in Erwartung eines Bounces zurück in Richtung der 29er-Regelung. Vielleicht kriegt man ein attraktives Chancen-Sysikofellnis hin. So viel meinerseits. Happy Trading. Pass auf die Stops auf. Wir hören einander wieder morgen hier zum Guten Morgen Börse gemeinsam mit XTB. Ich freue mich drauf. Habt euch wohl. Bis dann. Und tschüss.